Hallo, mein Name ist Jörg Tegtmeier. Ich arbeite für Bosch, der Politik und Verbandsarbeit im Büro in Berlin. Die stationäre Brennstoffzelle von Bosch erzeugt Strom und Wärme mit einem Wirkungsgrad von 95% und ermöglicht damit eine dezentrale Energieversorgung für eine grüne Zukunft. Ich freue mich auf die Hannover Messe, wenn dort die Wasserstoffsystemtechnik von der Elektrolyse bis zur Anwendung im Rechenzentrum gezeigt wird und damit Beiträge für eine grüne Zukunft geleistet werden.